Die neue A-Serie von Boston Acoustics wurde mit modernster Messtechnik, aufwändigen Computersimulationen und hochwertigen Werkstoffen entwickelt, damit Sie Musik mit natürlicher Dynamik genießen können. Zum Beispiel mit der Standbox A360. Das Topmodell der A-Serie bietet dank seiner hochwertigen Komponenten, der aufwändigen Gehäusekonstruktion und der separaten Kammer für den Mitteltöner kristallklare Höhen, neutrale Mitten und ein solides, dynamisches Bassfundament. Verpackt in ein edles Gehäuse und mit hochwertiger Technik im Hintergrund. Von den Technologien der A360 profitiert auch die kompaktere Standbox A250, wahlweise in Schwarz oder edler Kirschholzoptik. Auch die Regalboxen liefern neutrale Dynamik aus kleineren Volumen. Die Hoch- und Tieftöner mit der gleichen Chassis- und Gehäusetechnik sowie ebenso hochwertige Ausstattungsdetails wie in den Standboxen garantieren eine gleichbleibende Klangqualität und tonale Balance für jeden Lautsprecher der neuen A-Serie. Die Regalboxen sind in drei Größen erhältlich, als A25, A26 und A23. Ein dynamisches Zentrum des Heimkinos bildet die Centerbox A225C. Ihr Zwei-Wege-System mit dem gleichen Hochtöner wie in den übrigen Boxen sowie zwei kräftigen DCD-Tieftönern garantiert eine neutrale, dynamische Dialogwiedergabe für ein perfektes Kinoerlebnis. Ein besonders sauberes Tieftonfundament liefern die Subwoofer der neuen A-Serie. Mit satter Leistung von 650 oder 250 Watt und feinster Technik unterstützen Sie die übrigen Lautsprecher mit einem unverfälschten Bassfundament und knackigen Punch. Wahlweise als Bassreflexwoofer ASW650 oder mit dem Downfiring-Modell ASW250. Natürliche Dynamik ist die Grundvoraussetzung für perfekten Klang. Nicht mehr und nicht weniger können Sie von der neuen A-Serie erwarten. Natürlich von Boston Acoustics.